hey freunde willkommen zum nächsten test heute ist dran die funke nightfall batterie so sieht das gute stück aus hat gekostet 30 euro bei röder habe ich sie bestellt es ist eine kombi batterie gerader schuss und gefächerter schuss fast 500 nm und also 500 gramm nm 25 mm kaliber brennt so ungefähr 30 sekunden wie draufsteht und ich würde mal sagen wir lassen uns keine zeit verlieren und gehen mal raus zur zündung also bis gleich jetzt für euch im test die funke nightfall so das ist für 30 euro doch ein recht schöner haufen also freunde kann ich euch jetzt empfehlen machts gut